hallo und herzlich willkommen bei let's play 2x2 blog unsere herausforderung ist farme fünf bäume und züchte schweine steffi fand sich sehr lustig in der pause mal war es auch lustig aber ja punkt ja und wir bauen weiter ihr baut die treppe weiter ich baue weiter im keller wir müssen auch mal was essen wo ich steffi da gerade wieder essen höre war das nicht ich bin gegessen ich bin gegessen ich bin gegessen ist schon wieder tot ach nee was ja du bist gegessen das ist passiv das heißt ich mache mal ein paar treppen und probieren hier schon mal aus ja wollen wir steintreppen dort nicht gar nicht wo ist stein wo er ein stein ist vor der tür und wird er hat er da am hauen er ist an stein du 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 ja und worüber reden wir über unsere probleme ja selbsthilfe gruppe together mit der community ja erzählt uns eure probleme wir haben doch alle probleme zählt sie uns hoch mann wir behalten es auch für uns ne genau ich wollte eigentlich tatsächlich in der letzten folge ich hatte mir gesagt so wenn wir die aufnahme starten dann fragst du irgendwas also nicht irgendwas sondern ich hatte eine frage aber ich habe die frage sie vergessen aber doch auf jeden fall nicht gestellt ne weiß ich nicht mehr scheiße ja richtig scheiße jedes mal weiß du noch auf weiß du noch in welche richtung diese frage ging nö nein ich habe nein gesagt achso ich hatte letztens auch mal versucht vor ein paar tagen ich glaube vor zwei versucht ttt zu streamen aber das problem war es hat sehr geruckelt ich weiß nicht ob es einfach daran lag dass ich irgendwie die upload geschwindigkeit falsch eingestellt hatte weil man muss ja einstellen mit wie viel wie viel man zur verfügung hat und so für video und für audio und wenn man jetzt noch online spielt dann zieht das natürlich auch wieder ab weil da muss man ja auch seine spieldaten noch schicken und hat es nicht geguckt steffi oder als ich da letztens den link geschickt hatte was ich wüsste nicht das war glaube ich am mittwoch oder am Donnerstag ne war am mittwoch mittwoch habe ich äh in der RTL-Programme gekürt ist ne mit was kommt Bachelor dann hast bestimmt Bachelor geguckt ne ob ihr das Dschungelcam guckt ja natürlich ich dieses Jahr nicht ich habe das noch nie geguckt boah ich habe sonst die Jahre immer geguckt aber echt diese Leute die dieses Jahr dabei sind das sind keine das sind überhaupt gar keine Promis mehr die sonst da waren waren auch nicht wirklich Promis ja aber das sind jetzt nicht mal mehr Promis das ist als ob sie da irgendwie der Friseur von dem Kameramann aus der Serie die eh keiner kennt nehmen würden also vor allem sind das auch alles nur so komische Leute zum Beispiel auch die Tanja da 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 komme ich mir vor als ob ich mir irgendwie eine andere so ne also ja so mitten im Leben angucken würde oder sowas also dieses typisch RTL-Format Hashtag 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 genau so doof ey boah wenn die da mit ihren Augenbrauen da hochzieht und alles eben furchtbar Nick Rage steht euch voll am Ragen hier ich saß gestern mit meiner Schwester auf der Couch und die wollte das und ich dachte mir so setz dich zu ihr aber ne das war furchtbar Nick Rage steht voll das schöne Bild im Kopf die ganze Familie sitzt auf dem Sofa und die Christian voll am Akkotzen über die Fenster regt sich voll auf und er sitzt still und gucken Ne war nicht die ganze Familie war nur meine Schwester ne Eltern waren einkaufen aber ich saß da wirklich und hab mich nur aufgeregt man gehen deine Eltern denn einkaufen das Jewelsheim kommt irgendwie um 22 Uhr Ne ne wir hatten es aufgezeichnet weil Schule und so da können wir das nie ganz gucken achja ihr seid ja noch ja und so jetzt seid ihr noch klein ich bin noch klein ich guck das aber auch einfach nur so weiß ich nicht also ich denk auch immer so dieses Jahr guckst du es nicht aber irgendwie finde ich es immer wieder so ein bisschen interessant nicht so wegen den Leuten aber so wegen dem ganzen drumherum und so ja sicher so ein Opfer ich muss das gucken damit ich mich selber besser fühle so ein Mensch bin ich wenn ich so denke ich habe die Staffel mit Olivia Jones habe ich geguckt ja die habe ich auch geguckt und das war nicht die letztes Jahr mit Olivia Jones oder ne doch das war die letztes Jahr und die davor wo Brigitte Nielsen gewonnen hatte ne da habe ich das nicht geguckt oder dann habe ich letztes Jahr hab ich sie geguckt oh mein Gott letztes Jahr war ähm ja Olivia Jones ah ok ne weil und nachdem da obwohl nicht wahr Olivia Jones hatte ja gar nicht gewonnen die hat ja nur mitgemacht gewonnen hat ja der Joey da war dann dieser Joey genau oh let's get you to rumble und so ein Krass oh ja ja und ich habe keine Lust irgendwann hier tot aufzuwachen morgens so ne scheiße haha genau ne ok dann habe ich die geguckt aber dafür habe ich ganz lange nicht geguckt weil halt Dirk Bach nicht mehr dabei ist ja das ist echt ja das weiß ich nicht das das kann ich nicht mein armes Herzi aber sonst welche Staffel hatte ich denn noch geguckt pass auf wir müssen hier demnächst äh irgendwas einblenden lassen während dem Video weil wir hier über RTL reden und sonst verklagen die uns wenn wir da nicht irgendwie so ein Banner reinlegen ja dann mach ich da ein Banner drauf wo so ein Smiley daneben ist der die ganze Zeit nur am Kotzen ist der was der die ganze Zeit nur am Kotzen ist der was so RTL äh Schriftzug und dann so ein kotzener Smiley daneben das wird die bestimmt auch total toll finden ja natürlich die werden dich dann nicht verklagen auf gar keinen Fall wie kommen die denn dazu hoch das war super intelligent schon wieder von mir was hast du denn gemacht ich bin schon wieder runtergefallen achso dann kennst du aber Midnight nicht die äh Welt noch öfter runter hm dann kennst du Midnight aber nicht Midnight ist im Fallen noch besser als du ich weiß nicht wer Midnight ist ne äh bitte achso ja wenn wir aufnehmen sage ich immer Midnight weil die im Spiel Midnight heißt deshalb ach so ist das auch ach ja du hast dir noch nie TTT angeguckt von mir ne tatsächlich nicht ja ne aber im Moment verständlich auch im Moment guck ich einfach so wenig Let's Plays also das ist so furchtbar also wenn ich schon immer lese so wie ja drei Stunden Starbound ja ja super ich hab irgendwie ja wohl Starbound kommt momentan glaube ich gar nicht mehr oder ja zum Glück ey sonst müsste ich noch mehr nach so eine halbe Stunde Starbound-Folgen ja toll ich bin irgendwie bei Folge hm ja ne Starbound habe ich mittlerweile also die neuen Folgen die neueste Staffel hab ich mittlerweile alle aufgeholt aber ähm sieht voll toll aus findest du? da kommt jetzt momentan nichts das ist richtig toll und ansonsten guck ich auch nicht viel also Steffi hat mir ein Lob gemacht ich muss gleich weinen oh soll ich dir mal ne Schaufel geben? äh nö geh nicht hast du eine? ja ich hab eine ich hab auch noch haufenweise Schaufeln von dem Mal wo wir losziehen wollten um ähm ne wisst ihr noch? ne weiß ich nicht doch weiß ich noch aber ich hatte ich hatte die ja auch also abgesehen davon dass ich auf einem anderen Schaar bin hab ich die ja auch eh verloren als ich gestorben bin oh wir haben richtig viel oh ähm oh ähm ja danke Laptop dass du mir sagst dass ich das Netzwerk Kabel einstellen sollte ich dachte schon hä ist die Aufnahme abgebrochen aber ne ist nur ist nur der Strom ich weiß nicht was gerade kam er nimmt auf jeden Fall noch auf vielleicht kam Schwarzbild vielleicht kam Standbild ach warte bin ich denn für nen Spacko was hm was ach ich wollt mir doch hm ich hab hier Mist gebaut ach so bei Minecraft ist das sogar so im wahrsten Sinne des Wortes gebaut das find ich lustig hä wie meinst du jetzt du hast scheiße gebaut? ja weil ich ja wirklich baue ach soo ja das finde ich irgendwie total uncool dass ich hier gerade so straight runter gehe obwohl ich ne Kurve ziehen wollte ich Idiot tö 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 4 wie viel geht hier? Aua 1 was? du wolltest was? äh ist nicht wichtig 1 2 3 2 ja ich kann zählen ja aber das kommt nicht bei mir an ach so das macht nichts ich zähle nur 1 2 3 4 1 2 3 4 dann ist gut mach ich mal diese Feder hier das flimmern ist furchtbar hm ich hab die Nase Kohle was? was? was war das? ich hab Kohle gesagt auch immer verzerbte Stimme ob ich gleich äh sterben würde ich hab mich richtig erschrocken ich hab's nicht 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 ja genau wir hast hier einfach gejoint geh wieder weg so ein alter Sack irgendwie das klang wirklich so als ob du so 80 wärst und ein Gebiss verloren hättest so ich weiß jetzt nicht ob mir das gefallen soll dass ich mein Gebiss verloren hab ja ne wie das hier ankommt oder ob ich ab da nicht lieber ich weiß es nicht sind das wie viel sind das? also du meinst was du da draußen baust ja ja gut weil wenn du das so sagst dann weiß ich nicht was du meinst weil ich seh das ja nicht wie gesagt musst du mal gucken gehen hey musst du mal gucken gehen weil ich find das kommt an einer blöden Stelle wieder an mhm ich hätte das gerne hier dass das so mittig wieder ankommt gehabt mittig oder das kommt da so rechts abgehackt irgendwie an ja du kommst bei mir auch abgehackt an, da hast du recht Neee pulsisch schlechte Witze Kopf einziehen nee das gefällt mir nicht da muss ich irgendwie was da musst du was da muss ich eben was anderes machen Das ist nicht doof. Oder das ist doof, ne? Könnten... Aber das wäre wahrscheinlich Verschwendung, die noch eine zweite Tappe sozusagen runterbauen, die so hier... Was das dann hier unten wieder so zusammenführt. Oh, das ist eine super gute Idee. Ne, ist doch eine super Idee. Dann muss ich hier nur... Brauch ich eindeutig mehr Treppenstufen. Ich kann ja welche machen. Das wäre super Knorke. Und der Bruch? Ähm, ja. Ja, so ungefähr. Okay, mach ich. Zeig's dir doch mal mit den Fingern an, wie viele du haben willst. Hm, so viele Finger hab ich nicht. Ich brauch schon ein paar mehr. Oh, Mann. Wenn ich sie dann auch noch richtig setzen würde. Wär das total Knorke. Mit Knorke hast du heute, ne? Ich mag das Wort Knorke. Jetzt hab ich bestimmt zu viele gemacht. Oh! Schon wieder! Du hast runtergefallen, aber du lebst ja noch. Ne, ne, ich hab das genau gleich nochmal falsch dahin gebaut. Das sind bestimmt zu viele, aber... Ich täuschte mich wieder. Danke! Bitte! Das ist ein paar zu viele. Macht aber nicht. Macht nur übertrieben. Oh, was soll denn das? Das geht hier nicht. Ich muss da was hinbauen, sonst raste ich gleich auf. Bis du nicht runterfällst, oder? Ne, einfach ich... Die Treppe hat sich die ganze Zeit immer umgedreht. Achso. Aufm Kopf, das... Ey. Ich höre ein dumpfes Geräusch. Entschuldigung. Eine Höhle vor mir. Ich hab immer noch 64 Bruchsteintreffen. Du machst grad Bruchsteintreffen. Ne, jetzt nicht mehr. Wenn du zu viele hast, die könnte ich auch gebrauchen. Ja, das geht mir. Moment. Ich... Spielmaterialverteiler oder was? Du, Steffi, musst du so im Netz-Player, ich verteile das Material. Genau. Das ist auch wichtig. Moment, Moment, da. Danke. Noch einen Wunsch? Boah, 64, danke. Ne, danke, das reicht erst mal. Jan Klatte Macchiato bitte. Äh. Äh. Wir müssen jetzt mal die Cummy Machine craften. Oh, das wär so episch. So'n, 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 Dispresso-Automat. Ja. So'n richtig krasses Teil. Ups. Boah, Treppe. Habe ich doch schon wieder selber gehört. Bei wem war das. Oh. Ja. Ja. Die Dicke nachher auf jeden Fall noch machen. m da man kommt schon die stufe durch rollen kraftig kälte für ihr unten sonst wo ich die ganze zeit laufen wenn man die zwischen den Höhlen eingangs oder so oder da oder ja irgendwo mal warte ich komme zu euch gucken wo jemand mit Höhlen eingang auch wenn man sich gleich mit dem Keller verbinden das könnte man vielleicht ja so wo seid ihr denn und sind dafür ganz mutig ohne Schwert rum hier war auch lange kein Zombies mehr hier oben so wo könnte ein Höhle was aber schön gemacht mit der Treppe ne die Dämonischen oder so vielleicht hier johann kann man da so oder den Ding recht hier hoffen wir wollen sie hier nein nein oh das kann doch nicht wahr sein was ist das warte ich schnapp dein Zeug ich schnapp dein Zeug ja ich bin schon wieder im Nirvana gespawnt was ich ach ja wir waren nicht oh das kann doch nicht wahr ich hör es nur so zischt weißt du ich weiß noch vor ein paar Aufnahmen hab ich gesagt ich bin noch nie durch einen Creeper gestorben jetzt das zweite Mal komm mal her sammeln mal mit den Sachen auf bitte äh ja das kann doch nicht wahr aber das ist voll cool wo ich hier gelandt bin ach du hast immer noch nicht geschlafen ne nein da ist ein Skelett hinter dir ich hab gearbeitet den hau ich ich bin den Linken auch nochmal drauf Penner das ist doch nicht wahr ich krieg keine vollerischen Antworten kann ich nicht mehr mitnehmen ich bin voll aber hier Zucker kann man wegwerfen oder ja gute Zucker weiße Wolle müssen wir retten und die Stufen ups ne nicht die Wolle her damit Effi hast du ja äh so stylische Pfeile hier an dir ja das muss man warum ist ja eine Holzspitzhacke Keksi warum hast du so eine Holzspitzhacke keine Ahnung noch von ganz zu Anfang irgendwie ok danke bist du da ja aber ich bin hier ne jetzt wird gerade Tag aber beim nächsten Mal gehen wir schlafen sofort ja warte mal ich hab jetzt hier deine ganze Volks irgendwie das hier gehört äh die ich brauch nur Treppen ich bin süchtig warte soll ich den Rest irgendwie verteilen hier ist noch die Ding Eisen auch wie dein Prank Appel ah ok ok so das ist auf jeden Fall noch weil ich dir mein Eisenschwert geben weil dich geh immer ach so du hast eins da eins zwei ihr kriegt noch eine Pfeile drei vier fünf sechs 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 Blöcke tiefer ich hab das war es vermisst du noch was hier Kohle hat sie noch ja 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 das danke scho so da freut sich wer kann mir eh noch was mache ich denn ich hab wir sagen braucht auch keiner ähm brauchst du zur Fortpflanzung ach was ist denn los mit dir wie was ist los mit mir das ist Kohle so wie ich das jetzt gemacht 1 2 3 freust du dich ne wenn Opa Werner wieder kommt sein Gebiss sucht was ist das pedo einfach was ich soll gehen was ich hab verstanden geh doch einfach geh doch wo ist das pedo achso inwiefern ist das pedo du bist volljährig Werner wäre auch volljährig inwiefern wäre das pedo dann ist das halt ekelhaft sagen sie mal Frau Kampf Keksi ja du hast mich schon wieder nicht verstanden wie ich hab ich hatte was dazu gesagt du hattest was dazu gesagt ja ich hab ich hab gesagt das wäre ekelhaft hab ich dann gesagt achso ok ne das kam wieder nicht an ich dachte schon ich dachte schon ja was will er denn jetzt noch von mir hören so 4 5 6 ui richtig ausgekommen ne ich war noch ein tiefer krebs 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 ich fühle schön da die Erde auf wo der der blöde Creepy mich erwischt ja der Typ explodiert ist ich hab keine Erde mehr blöde Creeper der wüten Ex-Freund ist explodiert ja so wir nehmen 20 Minuten auf 20 Minuten ja dann müssen wir jetzt ein Folgenende hier machen ja ich hol mir noch mal ganz kurz Erde sonst vergesse ich das wir haben keine mehr dam 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 gut dann hol ich mir keine Erde mehr warte ich komm irgendwie noch hoch zu euch ich will mich vor meine Treppe stellen ich sprinte vor meine Treppe so voll der schöne Eingang das muss ein muss das hier sein? was? ne eigentlich nicht ok oh mir wird kurz gefallen voll schön aus ich find das richtig toll findest du? doch toll ich find das voll schön ja oh oh Keksi dreh dich mal ein Stück nach rechts ne Keksi was? vielleicht wollte ich noch ein Bildchen haben hier für ein schönes Ramp ne achso ja und ich denke das war's dann ne ja dann war's das für diese Folge erstmal wir waren richtig ne das war's für immer da ich hab keinen bock das geht doch so jetzt hast du es aber gesagt weil sie eben verstanden haben richtig produktiv ja ne ja dann danke für's du das bei mir grad hast du immer nur ein Auge wie hab ich immer nur ein Auge du hast grad bei mir nur ein Auge äh ja weil die Haare da drüber hängen bei dem Skin guck ist das so? achso oh ich dachte gerade was ist das? du hast auch nur ja anderthalb Augen ja ähm ciao dann genau tschüss tschüss ständenbrennten Zombie hat er verdient tschüss 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 tschüss